Hallo Schnuggels, Assetplayer wieder da. Heute spielen wir im Video für EFSTOCKER 2015. Ja, Leute, heute spielen wir aus West-MCO.de Valencia gegen den FC Levante. Und ja, ich würde direkt mal keine Zeit verlieren, sondern direkt ins Spiel starten. Let's go hier. Mal schauen, ob wir genauso gut performen können, wie in den anderen Spielen. Und es geht ja direkt gut los. Garrett Bale macht hier den ersten Treffer. In der Partie, mitten im Lupfer. Und das ist einfach nur schlecht gemacht. Und der Torwart auch. Ich bin jetzt draußen früh, Fragezeichen. Nö, zwei Minuten rum, direkt mal den ersten Treffer. Warum nicht? Und von Postigo war es der Fehler. Und Bale schon wieder, Bale schon wieder durch. Bale macht ihn nicht rein, diesmal. Kurke war da, groß konnte den Ball holen, Majoral. Also wir suchen uns hier mit Pässen auf jeden Fall durch. Roger, Bale ist so. Postigo diesmal keinen unnötigen Fail. Kjewic war rar, das Spiel darüber, dass es zurück auf Courtois. Gucke, nun jeden Asar, wer sich hier den Ball holt. Dann bleibt hängen am Postigo auch, tun die groß bleibt hängen. Keine Ahnung, das war Rahn. Der Ball auf Hasar. Hasar jetzt findet Benzema. Pedro Lopez, Benzema. Und Vukcevic vor Bale. Oder Vukcevic, keine Ahnung. Radocha. Und Marcelo ist zur Stelle vor Boca, Majoral, extra am anderen Spieler. Kavachal. Marcelo ist zur Stelle, der Ball kommt aber nicht an, Gucke hat eh, Modric. Modric, der schickt er ihn, Eden Hazard, Eden Hazard ist vorbei, Eden Hazard. Auf Benzema, das ist 2-0. 27. Spielminute und Benzema trifft zum zweiten Mal hier Bale. Wieder Postigo mit dem Fehler, wieder Postigo und Bale war leider nichts. Navarro hat ihn. Modric. Radocha, Roger. Rael, Rougier. Rous. Roger, Kavachal, Ramos, das Bale, das Hazard, das Gucke. Und James. Schöner Schuss, Benzema, Benzema. Aber man macht das dritte Ding nicht. Ja, toll, sicher groß. Auf Hazard und Gucke auf der Linie. Groß. Ich sag, er ist Majoral, groß wie sie fehlt, war es Majoral. Gegen Kavachal und Kavachal zur Stelle. Kurz war. Der Ball auf Benzema. Modric. Hazard. Benzema, der Torstenstelle. Es gibt hier nochmal den Einwurf, bevor es dann in die Halbzeitpause geht. Und könnte das die letzte Aktion gespielt sein. Kavachal auf Benzema. Mein Gott, war der Schuss knapp, groß. Auf Hazard mit ihr seid bei CH-Versuch. Und dann gibt es nach langer Zeit den Abschluss für den FC Levante. Und somit die wohlverdiente Halbzeitpause für beide Teams. Ja, 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 ja. Sowas hier auch geht. Naja, gut. Und es geht ab in die... Zweiterzeitzeit hier im Stil der De Valencia. Modric. Auf der linken Außenbahn alleine. Der Ball kommt nicht an Postigo. Ist da. Carpagna. Marcelo, da muss er hin. Majoral. Da ist Varane zur Stelle vor Boja Majoral. Und da habe ich sogar viel zu spät gemerkt. Hier, du, Rodriguez. Der Ball hat einen Maus. Eckstoß. Real Madrid. Prost. Ja, Framé. Ist von der Tor zur Stelle. Der Ball war schon eine Maus. Nächste Ecke. Groß. Auf Hazard. Hernani ist aber zur Stelle. Marcelo. Auf Benzema. Pedro Lopez. Ramos. Groß. Radoja. Reichtuss für Levante. Und der erste Wechsel bei Real Madrid jetzt auch. Lucas Vazquez rein für Gareth Bale. Radoja. Varane liegt auf dem Boden. Steht wieder auf Radoja. Da ist Elche Ramos. Da muss er hin. Und groß klärt. Benzema. Auf Hazard. Und sie müssen wieder vorsichtiger sein. Hazard. macht das die Klasse gegen Pedro Lopez Hazard. Mit einem Trick. Hazard. Mit der Flanke. Navarro ist da. Alle haben auf den Abhaller gehofft. Da er ja nur mit einer Hand hingegangen ist. Aber dies war nicht so. Roger. Varane. Das macht er klasse. Und der Baller nimmt man aus. Einwurf. Levante. Real Madrid wechselt wieder aus. Garrett Bale. Ja. Den kann man nicht mehr wechseln. Stimmt. da irgendwie auch. Fede Walverde kommt rein. Für James Rodriguez. Und. Luka Jovic. Für Eden Hazard. Der Baller nimmt man aus Varane. Majoral Sergio Ramos. Ramos muss hin. Kavachal das Varane. Unkurz war macht es klasse. Tibo Kurz war. Kostigo ist da. Majoral. Hei wollen sie nicht einfach durch das Majoral. Varane. Vesu. Kobo. Beschenke wechselt. Varane muss hin. Bei Verde. Unni Ramos. Roger. Der Ball ist im Aus. Einwurf. Levante. Das war nicht mehr. Ich weiß. Und Beri. Sarroja. Ramos. Musst ihn. Kavachal kann klären. Nun gibt es die Konterchance auf Real. Was geht auf Benzema. 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 Keiner ist da und es gibt den Elfmeter und Ramos und den macht er nicht, Torwart Tati, es gibt nochmal den Eckstoß, Reggio Ramos verfehlt tatsächlich den Eckmeter, groß, Modric, direkt auf den Torwart und Jobisch mit dem ersten Schuss, aber dieser war wohl nix und die Partie ist um, Fragezeichen, müsste bald um sein, nein, Baskes hat nochmal den Ball, in Aveso, ja okay, dann müsste die Partie jetzt auch gleich, um sein Postigo, ja, die Partie ist um, hat Fähnl-Auswärts gefunden, ist ganz in Ordnung gegen Levante, ich habe immer schon gut gespielt, Mannschaft des Monats, werden sie mal im Bale mit dabei, Verein des Monats, Spieler des Monats, Bale, Oh, das nächste Spiel ist in der CL gegen die Rangers, zu Hause liebe Freunde, das wird dann natürlich auch kommen